Wahrscheinlich müssen bald wieder zusätzliche Sitze eingebaut werden, so wie vor vier Jahren schon. Denn womöglich bekommen wir nach der Wahl den größten Bundestag aller Zeiten. Wenn die CDU oder die SPD sogar noch mal leicht verlieren würden gegenüber den jetzigen Umfragen, dann kann es passieren, dass wir sogar einen Bundestag bekommen, der um die 700 Sitze oder sogar mehr als 700 Sitze an Größe beträgt. Erklärung für die Rekordgröße ist das sehr komplexe deutsche Wahlsystem. Wie viele Sitze eine Partei bekommt, hängt erst mal von ihrem Ergebnis bei den Zweitstimmen ab. Dazu aber kommen die Direktmandate aus den 299 Wahlkreisen. Wenn die Partei in einem Bundesland mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, dann schickt sie mehr Abgeordnete in den Bundestag. Das nennt man Überhangmandate. Weil in diesem Jahr voraussichtlich auch FDP und AfD ins Parlament einziehen, dürfte es mehr Überhangmandate geben als bisher. Damit die Sitzverteilung trotzdem dem Zweitstimmenwahlergebnis entspricht, erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Ergebnis? Der Bundestag wird größer. Das kommt nicht überraschend. Seit Jahren ermahnte Bundestagspräsident Lammert, die Abgeordneten das Wahlrecht zu reformieren. Zum Beispiel mit einer Sperrklausel und Höchstsitzzahl. Die Fraktionen konnten sich nicht darauf einigen. Hätte man unseren Vorschlag umgesetzt, wäre es nicht zu einer Vergrößerung gekommen. Deswegen müssen die anderen erklären, warum sie da nicht mitgegangen sind. Wir müssen nach der Bundestagswahl dann im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl über die Frage der Wahlrechtsreform reden. Und da muss die Bereitschaft aller bestehen. Mit sechs statt vier Fraktionen wird eine Einigung hier wohl künftig noch komplizierter. Teurer wird es jedenfalls für den Steuerzahler. Die aktuell 631 Abgeordneten kosten 408 Millionen Euro im Jahr. 700 Abgeordnete würden ab nächstem Jahr geschätzte 502 Millionen Euro kosten. Gezweifelt werden darf daran, ob der neue Riesenbundestag auch effizienter wird. Gezweifelt werden darf daran, ob der neue Riesenbundestag auch effizienter wird.